der fahrer fährt hier in diese kurve und ich frage mich wie groß muss die reibung sein die man kann also man kann nicht so haben das gefühl haben also es gibt hier eine zentrifugal kraft zentrifugal kraft oder eben eine zentralkraft das egal ich mache jetzt mal mit der zentrifugal kraft also nach außen die hier weg also nach außen weg die zentrifugal kraft die muss ausgeglichen werden also durch ein hier fr halt nicht r sondern fr reibungskraft fr und die formel für die zentrifugal kraft fz ist mv quadrat durch r radius und für die reibung fr ist mal fn so und mü ist irgend so ein koeffizient der ist materialabhängig und ob die also die reifen gummi auf straße da kann man das nachschauen trocken oder nass und fn ist die kraft mit der dieser reifen auf die straße gedrückt wird in diesem fall weil das flach ist geld fn ist fg ist einmal g die ich mehr masse umso mehr reibung allerdings steckt die was masse auch in fz drin das heißt je mehr masse desto mehr hier haben wir es ja desto mehr zentrifugal kraft gut und wenn das eine steilkurve wäre dann müsste man dann wäre es hier komplizierter und wollen jetzt kommen das gleichsetzen also mv quadrat durch r gleich mal mal jemand stellt fest also die masse kürzt sich hier wobei das alles eine näherung ist also im echten motorrad leben mag es ein bisschen anders sein und jetzt ist die jetzt muss man schauen was gefragt ist also zum beispiel könnte gefragt sein die maximale geschwindigkeit mit der man hier durch die kurve kann wenn mü und g also g ist ja 9,81 wenn es alles gegeben ist und er hat der kurvenreise oder irgendwas anderes